Herzlich Willkommen, ich bin Linda, wir fangen an, Warm-up am Anfang, marschiert auf, rechts. Die Arme locker mitnehmen an der Seite, mitschwingen. Auf geht's, atmet ein, lange Arme hoch und tief. Zweimal noch tief ein- und ausatmen, letztes Mal strecken, Step-Touch nach rechts, es geht rechts, links, dazu Schultern rückwärts kreisen, rück, rück. Noch acht Mal, Step, Step, vier noch. Schwing die Arme rechts und links, lass die Füße dabei weit geöffnet und beug die Knie in der Mitte, tief. Am besten Stolperfallen wie Handtücher und Getränke ein bisschen weiter weg vom Platz. Wir haben ja genügend Platz im Raum. Noch vier, drei, zwei. Ferse zum Po, Arme stützen, ein, rück, rück. Weit ranziehen, aktiv anspannen, die Oberschenkel, Rückseite und Po-Muskulatur, Bauch zieht von vorne nach innen. Noch acht, vier Stück, hoch, hoch. Wieder locker, Step-Touch, drei, Step. Schultern kreisen, nochmal rück, beide, rück. Schwing die Arme, erst Seite, Seite, rechts, rechts und links. Knie ziehen mehr nach außen. Achtet mal darauf, dass die Knie nicht nach innen fallen, gibt irgendwann Beschwerden im Knie. Ferse zum Po, komm hoch, rück, rück. Acht mehr, noch Single. Zieh, viermal. Und doppelt jetzt. Zweimal diese Seite, wechsel, zweimal hoch. Zieh, zieh. Arme winkeln mit an. Hoch, hoch. Zieh, zieh. Bleib im Doppelrhythmus, immer zwei. Jawohl. Vor, vor. Denk an die Bauchspannung. Noch, viermal doppelt. Drei. Zwei. Locker, Step-Touch. Geh rechts und links. Wir marschieren aufrecht am Blatt. Arme atmen ein. Halt die Hände über dem Kopf. Schultern sind entspannt. Bauch bleibt angespannt. Und nach vorne oben ziehen wir jetzt und wechseln die Knie. Los geht's. Komm hoch. Hoch. Atmet ruhig weiter. Nicht die Luft anhalten. Hoch. Hoch. Zieh. Zieh. Nimm die Arme mit nach vorne zum Knie. Hoch. Jawohl. Berührt mit den Handflächen das Knie vorne. Tipp. Tipp. Auf das Knie. Auf das Knie. Viermal noch. Drei. Zwei. Eins. Und marsch. Gut. Ein Lied noch zum Warm-up. Wir öffnen etwas. Federn hier in der Kniebeuge. Tief. Tief. Fußspitzen sind etwas nach außen. Umgedreht. In diese Richtung beugt ihr die Knie. Jawohl. Zieh. Zieh. Verlagert nach rechts und links. Rechts. Links. Füße bleiben fest am Boden. Genau. Die Position ist weit geöffnet. Doppelt jetzt pro Seite. Zweimal ziehen. Geht mit dem gesamten Oberkörper mit. nach rechts und nach links. Ziehen. Ziehen. Links. Ziehen. Genau. Ganzes Körpergewicht auf rechts. Viermal rechts. Ziehen. Eins. Zwei. Drei. Komm links. Vier. Drei. Zwei. Nochmal jeweils. Vier. Vier. Und links. Strech den linken Arm mit nach oben. Auf. Vier. Drei. Zwei. Wechsel jetzt. Vier. Hoch. Noch einmal. Richtig weit in die Länge. Doppelt jetzt pro Seite. Zweimal rechts und zweimal links. Sehr schön. Lang. Und in der Mitte. Und in der Mitte. Federn. Zieh. Zieh. Werdet ihr so ein bisschen warm? Arm. Gut. Was sagt der Pult? Knapp über 100. Oder drunter? Drunter. 108. Das ist okay. Prima. Nach außen die Knie nicht ganz durchstrecken. Genau. Wir halten jetzt ein bisschen gebeugt und drehen den Oberkörper. Dreh. Links. Arme sind angewinkelt vorm Körper. Die Beine ganz fest. Nur von der Bauchnabelhöhe andrehen. Nicht die Beine mit. Nicht die Beine. Die bleiben fest. Oberkörper. Doppelt pro Seite. Eins. Zwei. Wechsel. Eins. Zwei. Zieh. Zieh. Letztes Mal pro Seite. Doppelt. Bleib in der Mitte. Arme öffnen. Und fuß. Ein und ausatmen. Vier noch. Drei. Zwei. Wir bleiben geöffnet. Halt die Arme. Von hier aus neigt der Körper. In Wechsel. Die Beine bleiben wieder stabil angespannt. Leicht gewollt. Drei. Sieh. Vier. Sieh. Doppelt auch nochmal. Zweimal rechts. Und zweimal nach links. Sieh. 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 Achtmal noch doppelt. Seit, seit. Für die Taille. Erwärmung für Bauch- und Rückenmuskeln. Vier noch doppelt. Drei. Zwei. Und lass die Arme noch mal schwingen. Locker rechts und rechts. Die Beine setzen mit einem Tipp. Rechts, links. Sehr gut. Wir nehmen hier noch mal das Bein zur Seite mit im Wechsel. Hoch, hoch. Seitlich langgestreckt anheben. Hoch, hoch. Sehr gut. Seit, seit. Und Pause. Sehr gut. Wer mag trinken, einen Schluck? Sollten jetzt alle ein bisschen warm geworden sein. Und dann fangen wir an mit den Kräftigungsübungen. Es beginnt mit Knieheben nach vorne. Öffnet die Arme, haltet die Daumen Richtung Decke. Wir bleiben auf links stand sein. Ein Stück gebeugt. Feste Spannung. Fliegen rechts, zieht vor, ab. Vor, ab. Adeln. Aus und an. Ihr könnt unten am Boden den Fuß kurz auftippen. Wer das nicht braucht, die Fortgeschrittenen ohne Absetzen. Hoch, ab. Aus und einab. Hoch, tief. Wir ziehen oben drei kleine. Drei, zwei, eins. Und einmal tief. Drei, zwei, eins. Einer tief. Hoch, zieht und ab. Davon noch viermal. Auf drei. Hoch, hoch, zieht, zieht und ab. Oberkörper auf. Oberkörper aufrecht halten. Dafür haben wir die Arme an der Seite, auch wenn die ein bisschen schwer werden. Und kurz locken. Ausmaschieren. Wir wechseln. Steht aufrecht. Ein Stück gebeugtes Standbein. Arme öffnen. Schultern ziehen zurück. Bauch ist nach innen. Knie nach vorne. Hoch, ab. Hoch, tief. Atme aus. Und ein. Oben auf drei. Drei, zwei, eins. Komm ab. Zieh. Hoch, hoch und ab. Am besten auf einen Punkt konzentrieren mit den Augen. Und tief. Drei mal noch. Die letzten zweimal. Hoch, zieht, zieht. Letzter. Und marschiert am Platz. Lockert die Beine. Ihr solltet so ein bisschen hier die Oberschenkel gespürt haben. Die Arme sind Nebensache. Lockert die Schultern. Die Arme sollten eigentlich selbstverständlich sein, dass wir aufrecht sind und die Spannung halten. Bewegung jetzt zur Seite. Haltet wieder. Steht auf links. Rechtes Bein ein bisschen gebeugt. Und zur Seite hoch und tief. Es reicht. 45 Grad. Hoch, tief. Für die Taille, für die Außenseite, Oberschenkel und Po-Muskulatur. Hoch, ab. Acht mal noch. Single. Hoch, tief. Vier Stück. Drei. Zwei. Und zieht auch hier oben wieder auf drei. Drei. Zwei. Eins. Und ab. Ihr dürft unten kurz die Fußspitze abtippen am Boden. Tief. Davon noch vier Stück. Drei Erfolge. Hoch, tief, 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 ab. Zwei mal noch. Letzter. Komm. Hoch, tief, tief und lockern. Arme lockern. Auch im Standbein ist das immer zu spüren. Beim Einbeinstand ist es ganz normal. Wir wechseln. Haltet aufrecht den Oberkörper. Zieh seit. Ab. Hoch, tief. Atem. Aus und ein. Vom Gefühl her streckt die Arme weit weg vom Körper. Genau. Vier noch. Hoch. Drei. Zwei. Und oben zieht auch drei. Drei kleine Bewegungen. Und der letzte geht tief. Drei. Zwei. Eins. Komm ab. Tief. Davon noch zweimal. Zieh. Hoch. Hoch. Ab. Und lockert die Beine. Arme auslockern. Tief durchatmen. Strecken. und ausatmen. Und ausatmen. Locker. Als nächstes die Bewegung nach hinten. Wir fassen die Hände vor dem Körper. Achtet drauf, dass die Hände nicht vor dem Gesicht sind, sondern eher ein Stückchen tiefer. Das entspannt auch die Schultern. Ich zeige es. Ich zeige es von der Seite. Ich zeige es von der Seite. Rechtes Bein setzt die Fußspitze nach hinten. Standbein ein Stück gebeugt. Wir beginnen mit dem langen Bein hoch und tief. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Diejenigen mit Beschwerden im unteren Rücken nehmen das Bein nicht ganz so hoch und achten besonders darauf, den Bauchnabel nach innen zu ziehen. Hoch. Ab. Hoch. Tief. Acht. Noch. Single. Zieh. Und ab. Der Po ist fest angespannt. Noch vier. Drei. Langes Bein. Nicht anwinkeln. Hinten halten. Langes Bein bleibt. Und kleine Bewegung hoch. Zieh. 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 Guck mal der Unterschied. So ist das Bein, das Knie aktiv fest. Nicht das hier. Sondern langes Bein. Zieh. Zieh. Rück. Rück. Gleich gibt es den Seitenwechsel. Haltet durch. Rück. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und aus. Sehr schön. Gleiche Übung mit dem linken Bein. Wir stehen aufrecht. Etwas gebeugtes Standbein. Arme vor. Nicht zu hoch. Eher ein bisschen tiefer. Und hebt nach hinten. Langsam. Hoch. Tief. Hoch. Ab. Atmen. Aus. Und ein. Genau. Acht noch. Langsam hoch. Zieh. Ab. Die letzten viermal hoch. Den letzten halten wir oben. Bleib jetzt. Und kurze, kleine. Komm. Hoch. Hoch. Rück. Rück. Acht mehr. Zieh. Zieh. Die letzten vier, drei, zwei. Und March. Ander. Lackert die Beine. Wir kombinieren jetzt diese drei Bewegungen immer mit einer Seite. Das heißt, rechts beginnt. Knie, Seite heben und rückheben. Wir stehen auf links. Das machen wir langsam. Nochmal zum Mitschreiben. Halt die Arme. Knie nach vorne. Seite lift. Nach hinten. Und wieder seit. Nach vorne. Hoch. Seite. Lift. Rück. Lift. Und seit. Jawohl. Vor, Seite, rück. Und wieder über die Seite nach vorne. Genau. Geht jede Bewegung durch. Vorne. Seite. Rück. Und wieder seit. Noch einmal. Komm. Vor. Komm. Seit. Komm. Rück. Und wieder seit. Das Tempo ein bisschen schneller jetzt. Komm. Vor. Seit. Rück. Seit. Vor. Seit. Rück. Jawohl. Halt die Spannung fest im Standbein. Vor. Aus. Vier noch. Drei. Zweimal. Vor. Seit. Rück. Letzter. Und locker. Aus. Locker. Wo merkt ihr es im Standbein? Ja. Das arme Standbein. Wir wechseln. Es kommt zum Ausgleich. Das andere darf dann jetzt auch machen. Langsam. Vor. Komm. Seit. Komm. Rück. Und. Zeit. Nochmal langsam. Vor. Und. Auf. Komm. Rück. Seite. Einmal noch langsam. Vor. Und. Auf. Komm. Rück. Tempo. Wer mag. Schneller. Vor. Auf. Rück. Nehmt das Bein nicht ganz so hoch. Nach hinten. Langes Bein. Auf. Rück. Habt ihr schon einen Schnaps heute vorher getrunken? Oder was? Kommt doch eigentlich immer erst hinterher. Zweimal noch. Vor. Seit. Rück. Seit. Und locker lassen. Sehr schön. Wer möchte trinken was, es geht dann weiter mit den Kniebeugen. Weite Kniebeugen. Davor ist es immer ganz sinnvoll, sich nochmal zu stärken. Wer schon so weit ist, öffnet die Füße auseinander. Breiter Stand noch weiter als Schulterbreit. Hände sind eingestützt. Grundspannung Po fest. Nach innen. Bauch nach innen. Und wir gehen tief und hoch. Los geht's. Tief. Hoch. Atme ein. Und aus. Der Schaft hierbei bis 90 Grad im Kniegelenk nach unten zu kommen. Tief. Hoch. Körper bleibt gerade. Nicht nach vorne ausweichen. Aufrecht. Unverändert. Nur die Beine sind dran. Tief. Hoch. Federt unten auf drei. 2, 3, 2, 1, komm hoch. Ganz kleine Bewegung. Und hoch. Nochmal. Federt. Wir nehmen die Arme nach vorne beim Tiefgehen und öffnen beim Hochkommen. Auf. Tief. 2, 3, auf. Jawohl. Atme ein. Und aus. Tief. Ziehen. Und streck. Spür dir schon ein bisschen die Beine. Gut. Am tiefsten Punkt halten. Wir bleiben. Halten hier die Spannung. 4 noch. 3, 2, Feder. Achtmal. Tief. Tief. Nur noch. 4, 3. Und kurz mal lockern. Beine ausschütteln. Davon machen wir insgesamt noch zwei Durchgänge. Breite Kniebeugen. Dafür sind die Durchgänge nicht ganz so lang heute. Wir öffnen. Grundspannung. Po und Bauch. Immer dran denken. Schultern rück. Es geht los. Tief. Tief. Hoch. Atme ein. Aus. Noch 8. Hoch. Tief. Streck. Einer. Zieht auf 3. Arme mit. Hoch. 2, 3. Lang hoch. 3, 2, 1. Streck. Hoch. Zieh. Zieh. Streck. 4 Stück noch. Von der 3 erfolgen. Tief. Und lang. Fest. Anspann. Bleib. Bleib jetzt unten. Wir halten. Bleiben. Halte noch. 4, 3, 2, 8. Mal federn. Nach unten. Je nach gibt es wieder eine Lockerungspause. Und ab jetzt. Komm hoch. Beine ausschließen. Sehr gut. Nur noch ein letztes Mal. Breite Kniebeuge. Öffnet weit. Ruhig atmen. Es beginnt nochmal Single. Hände eingestützt. Komm mit. Geht tief. Hoch. Tief. Hoch. Atme ein. Und aus. Tief. Strecken. Bauch dagegen. Spann. Po von hinten. Genau. Zweimal noch. Single. Ab jetzt. Feder auf 3. Arme mit. Zieh. Zieh. Streck dich lang. Ganz fest. Davon schaffen wir noch 4. 3 Erfolge. Zieh. 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 Und lang. Noch. 3 Mal. Ganz fest. Bleib unten. Halt die Spannung. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Die letzten 8 Mal tief wippen. Tief. Tief. Noch. 4. Und wir lösen aus. Sehr gut. Stärkt. Stärkt euch. Stärkt euch. Trinkt was. Lockert die Beine. Wir machen noch 2 Übungen im Stand. Danach geht es zum Boden. 1. 1. 1. 2. Übung steht auf links. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. Und locker. Gut. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. Atme. Atme. Und an. Hoch. Und ab. 4. Halt das Tempo. Hoch. Lang. 3. 2. Wir bleiben oben. Auf 3. 1. 2. 3. Und lang. Halt. 2. 3. Ganz lang. Hoch. Halt. Und streck. Letzter. Doppeltes Tempo. Aufgehen. Komm hoch. Hoch. 4. 3. Und locker lassen. Sehr schön. Immer in Bewegung bleiben. Durchatmen. Jede Seite geht noch einmal. Jede Seite geht noch einmal. Für die Taille Bauch und Rücken Muskeln. Steh auf links. Los geht's. Komm. Hoch. Ab. Meint ihr, ihr kennt die Übung jetzt schon oder wie? Atme aus. Und ein. Der erste Durchgang war zum Üben. Der zweite ist zum Perfektionieren. Komm hoch. Und ab. Atme aus. Und ein. 4 noch. 3. 2. Wieder oben halten wir. Auf 3. 1. 2. 3. Streck lang aus. 1. 2. 3. Und lang. Noch zweimal halten. Gleich haben wir die Seite durch. 8. Schnelle zum Abschluss. Komm. Hoch. Hoch. Zieh. Zieh. 4. 3. 2. Und Pause. Block. Atem fließen lassen. Letztes Mal die Seite wechseln. Steht auf rechts. Linke Seite lang machen. Atem. Nochmal tief Luft holen. Durch geht. Komm hoch. Zieh. Ran. Und weg. Atem. Aus. Und ab. Ab jetzt. Haltet auf 3. 3. 2. 1. Komm lang. Halt. 2. 3. 2. Komm lang. Halt. 2. Gleich ist es geschafft. Letzter halten. Und die 8 schnellen zum Abschluss. Komm hoch. 7. 4 noch. 3. 2. Und Pause. Good. Block. Alle mal durchatmen. Die nächste Übung wird wieder ein bisschen ruhiger. Die Ausfallschritte. Ich sage nichts über die Intensität. Ich sage nur, es wird ruhiger. Wir öffnen. Grund. Von Grund an habt ihr die Beine ein Stück gebeugt. Wir drehen direkt zur rechten Seite. Das heißt, beide Fußspitzen zeigen nach dort. Hintere Ferse ist oben und das Knie gebeugt. Genau. Hände vorne halten. Jeder achtet jetzt darauf, dass bei der Bewegung nicht das hier passiert, sondern dass der Rücken aufrecht bleibt und der Bauch fest. Das Knie zieht Richtung Boden. Und hoch. Ganz langsames Tempo. Damit es auch jeder dort spürt, wo es hin soll. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Ich darf den Schritt ein bisschen größer machen. Genau. Tief. Tief. Hoch. 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 Gerne. Zweimal noch. Langsam. Tief. Hoch. Hoch. Ein Stück gebeugt. Halten. Jeder müsste das jetzt hier im Oberschenkel spüren. Das ist auch ganz fest. Kleine ziehende Bewegung. Tief. Tief. Noch. Vier. Drei. Zwei. Kurz locker. Kommst du mit. Lockert die Beine. Wir können von hier direkt zur anderen Seite drehen. Ferse hinten oben. Grundspannung wieder Oberkörper aufrecht. Geh langsam. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Atme ein. Und aus. Das Schienbein voll senkrecht zur Decke. Nicht zu weit das Knie vorschieben. Sondern mit dem Gewicht in der Mitte nach unten gehen. Und hoch. Zwei noch langsam. Haltet nun in der Mitte das Körpergewicht etwas gebeugt. Hoch. Und federn an der Stimme. Tief. Tief. Hier noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und locker. Auslockern die Beine. Jede Seite geht noch einmal. Der Durchgang zum Perfektionieren. Öffnet Wand. Dreh nach rechts. Arme vorne halten. Bauch angespannt. Ich habe noch so ein paar gesehen, die das hier machen. Vermeidet mal das Knie nach vorne zu schieben. Sondern denkt an das hintere. Das will nach unten. Ohne das hier vorne zu verändern. Es geht langsam tief. Und hoch. Ich weiß, das ist umso schwerer. Aber Gelenkschunde. Und genau das wollen wir ja. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Jawohl. Zweimal noch langsam tief. Hoch. Hoch. Und jetzt halten. Hoch. An der Stelle kleine Tief. Hoch. Ihr schafft die letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Lockern. Inner-Mitten. Lockern. Letztes Mal mit links. Beziehungsweise zur linken Seite drehen. Aufrecht. Langsam beugen. Tief. 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 Hoch. Hoch. Genau. Probiert das Knie direkt über dem Sprunggelenk zu halten. Beugen. Und strecken. Zwei noch langsam. Tief. Und hoch. In der Beugung unten halten. Halt. Feder hier die letzte. Tief. Tief. Insgesamt noch acht Mal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Pause. Prima. Marschiert. Lockern mal insgesamt. Durchatmen. Wir gönnen jetzt mal den Oberschenkeln ein bisschen Pause. Machen weiter mit dem Po am Boden. Vierfüßler Stand. Alles gut soweit? Okay. Dann kommen wir nach unten. Holt nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Und hier dürft ihr erstmal weit nach hinten kommen. Euch langstrecken. Wer jetzt in der kommenden Übung zwischendrin nicht mehr kann und ihm das zu anstrengend wird, der geht immer mal wieder in diese Position zurück. Das ist zum Entspannen für Rücken und Po. Wir fangen an. Gehen auf die Unterarme vor. Rechtes Bein lang nach hinten. Die Fußspitze berührt noch den Boden. Genau. Rücken ist lang gestreckt. Wieder Bauchspannung. Und langes Bein hebt nach hinten. Hoch. Tief. Hoch. Ab. Atme. Aus. Und ein. Zieh. Hoch. Tief. Hoch. Und ab. Achtmal noch. Langes Bein. Hoch. Tief. Vier Stück. Zieh hoch. Und ab. Spannung oben halten. Langes Bein. Nie Lav거든. Tor in den Unterschenkeln. Tief. So, dass das Knie 90 Grad gebeugt ist. Die Fußsohle zeigt Richtung Decke. Genau. Und dort geht das Bein jetzt hoch und ab. Hoch. Ab. Gleiches Tempo wie vorhin. Hoch und tief. Atme aus. Und ein. Eva. Konstantly. im Po. Merkt ihr das schon? Gut. Po und auch so ein bisschen die Oberschenkelrückseite. Das Bein oben halten. Halten. Kurze, kleine Bewegung Richtung Decke. Stellt euch vor, ihr drückt den Gegenstand nach oben weg. Hoch, hoch. Zieht die letzten acht. Hoch, noch viermal. Drei und absetzen. Zurückkommen in die Entspannungsposition. Auf die Fersen nach hinten. Und durchatmen. Wir wechseln das Bein. Geht wieder vor auf die Unterarme. Denkt an die Grundspannung im Bauch. Link lang nach hinten. Von dort aus. Komm hoch und tief. Zieh. Atme. Hoch, ab. Atme. Aus und ab. Lasst den Nacken lang gestreckt. Schaut nach unten zum Boden. Hoch, tief. Acht, noch. Viermal. Zieh hoch, ab. Nicht ins Hohlkreuz gehen. Bauch ist fest. Wir halten oben. Flacher Bauch. Halten. Anwinkeln jetzt. 90 Grad im Kniegelenk. Das Bein geht tief und hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Bein nach oben ziehen. Atme aus. Und wenn das Bein nach unten geht, atme ein. Aus. Tief, hoch. Vier noch. Drei, zwei. Oben halten. Die Spannung bleibt. Po ist ganz fest. Der kann nochmal kleine nachziehen. Hoch, hoch. Zieh, zieh. Richtung Decken mit der Fußsohle. Acht mehr. Hoch, zieh. Vier noch. Drei, zwei und ab. Geht weit nach hinten. Entspannt. Rücken und Gesäß damit. Wir kommen nun auf die Unterarme. Zurück nach vorne. Strecken die Beine jetzt lang nach hinten aus. Flache Position mit dem gesamten Körper. Ah, dann lässt du es weg. Oder gehst auf die Knie hin. Auf den Knien. Geht an. Okay. Dann hebst du an. Gebt die Füße an. Wer Beschwerden mit den Füßen hat, kann die auf den Knien abstützen. Das ist auch ein bisschen leichter. Alle anderen können auf den Füßen stützen und die Knie erheben. Das ist ein bisschen schwieriger. Halte. Halte hier. Noch acht. Sieben. Fester Boden, fester Bauch. Die letzten. Vier. Zwei. 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 Wer kann löst das rechte Bein? Ganz ein bisschen oben halten. Halten. Und wechseln. Linkes Bein. Halten. Vier. Drei. Zwei. Bauchlage. Kurze Pause. Durchatmen. Den Stütz schaffen wir aber noch einmal. Geht nochmal auf die Unterarme. Füße oder Knie aufgestützt. Und dann die Hüfte anheben. Flache Position. Po und Bauch, ganz wichtig, angespannt. Halte acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Entweder so bleiben. Wer mag, kann nochmal das eine Bein heben. Halten. Und dann sechsten. Halten. Vier. Drei. Zwei. In Bauchlage. Und entspannen. Sehr schön. So, wir kommen jetzt alle nochmal in die Rückenlage. Und gehen jetzt nochmal zur Bauchmuskulatur. Bisher hatten wir die ja nur bei den Tallienkräftigungen im Stand und hier im Stütz. Jetzt kommst du zum geraden Crunch. In Rückenlage. Füße sind aufgestellt. Fußspitzen zieht zur Decke. Wir bauen die Grundspannung auf. Fersen aktiv in den Boden. Drücken. Po fest. Rücken an die Matte. Flacher Bauch. Und Hände zum Hinterkopf. In Tempo hoch und tief. Zieh. Ab. Hoch. Tief. Aus. Und einatmen. Berühr mit dem Kopf nicht mehr den Boden. Bleib immer in einer guten Spannung. Ohne abzusetzen. Hoch. Tief. Ach, noch gerade. Vier Stück. Spannung hält jetzt. Oben bleibt fest. Rechter Arm löst vom Hinterkopf. Und zieht zur linken Oberschenkelaußenseite. Also überkreuz nach vorne. Los geht's. Und zieht in diese Richtung. Und löst dabei das rechte Schulterblatt vom Boden. Vor und rück. Atme. Aus und an. Sieh. Rück. Acht. Noch. Die letzten viermal. Schräg vor. Rück. Drei. Zwei. Hand zum Hinterkopf. Bleib in der Mitte. Halte die Spannung. Noch mal ein Stück nachziehen. Und die linke Hand löst nach vorne schräg. Es geht in diese Richtung. Komm. Vor. Rück. Vor. Rück. Atme aus. Und ein. Vor. Zurück. Weiter vor. Nach hinten. Und auch komplett hier das linke Schulterblatt lösen. Acht mehr. Acht mehr. Noch vier Stück. Vor. Sieh. Halte die Spannung in der Mitte. Halt die Spannung in der Mitte. Und. Atme. Aus. Ein. Ellenbogen an der Seite. Halt. Nicht am Kopf ziehen, sondern nutzt die Kraft aus dem Bauch. Auch wenn es nur eine kleine Bewegung ist. Spannung oben halten. Soll sie jetzt schon bei jedem im Bauch ziehen. Ja. Gut. Wir nehmen noch mal rechten Arm schräg vor. Und ziehen in diese Richtung. Vor. Zurück. Vor. Rück. Atme aus. Ein. Wenn es zu schwer wird, stelle die Füße ab. Aber versuch die Bewegung weiter auszuführen. Direkt die Seite wechseln. Linker Arm. Kopf. Vor. Atme aus. Und ein. Vier noch. Sieben. Drei. Zwei. Eins. Und Pause. Sehr schön. Lang machen und in den Bauch durchatmen. Nächste Übung. Hände gehen nun unter den Po. Wir lösen noch mal die Beine vom Boden an. Der Kopf darf abgelegt bleiben. Die Unterschenkel parallel zum Boden. Füße flex. Berührt jetzt abwechselnd mit den Fersen den Boden. Komm. Tief. Ran. Tief. Ran. 90 Grad. Bleibt es nie dabei angewinkelt. Bum. Ran. Atme aus. Und ein. Vor. Und ran. Achtung. Vor. Ran. Ab jetzt langes Bein. Vor. Und ran. Winkel. Vor. Ran. Sprech. Sprech. Lang und ranziehen. Viermal noch im Wechsel. Drei. Zwei. Halte das Bein vorne. Eins vorne lang über dem Boden. Und wechsel. Halte. Nochmal wechsel. Vor. Immer noch den Rücken fest am Boden. Und wechsel. Vor. Jede Seite hält noch einmal. Wechsel. Halt. Und wechsel. Beine setzen ab. Und Pause. Durchatmen. Auslockern. Davon schaffen wir noch die letzte Runde. Löst die Beine. Hände unter den Po. Hoch. Allerletzter Durchgang. Versen zur Matte. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Genau. Fortgeschrittene dürfen auch mal versuchen, den Kopf anzuheben und den Schulterbereich. Damit wird der obere Bauchbereich noch mehr gekräftigt. Wenn es aber im Nacken spannt, legt den Kopf lieber wieder ab. Langes Bein im Wechsel. Vor. Rand. Vor. Rand. Vier noch. Drei. Zwei. Halte jetzt vorne. Lang. Zwei. Drei. Wechsel. Vor. Halt. Nochmal jeweils. Halt. Letztes Mal. Und ablegen. Bein. Prima. Hände auf den Bauch auflegen. Beine ausstrecken. Und in den Bauch durchatmen. Beine ausercie. Beine ausercie. Beine ausercie. Beine ausercie. Beine ausercie. Überkopft in die Länge. Hände ausercie. Hände ausercie. Bein ganz weit von euch weg. Arme und Beine sind dabei noch am Boden abgelegt. Nur lang wegschieben. Und die linke Seite langziehen. Einmal noch rechts. Ganz lang strecken. Halten. Atem fließt lassen. Und die linke Seite lang machen. Kommt zurück zur Mitte. Fasst euch an einem Knie. Und rollt nach oben in den Sitz. Füße aufgestellt. Hände an den Knien halten. Streckt den Rücken. Atmet dabei ein. Und rund werden. Ausatmen. Strecken. Fließend ein und aus. Hinten. Runde Position halten. Zum Entspannen. Füßen unteren Rücken. Nackenbereich. Lang strecken. Halten. Bleibt jetzt ganz aufgerichtet und dreht euch zur einen Seite herüber und dabei den Blick weit nach hinten über die Schulter. Gedehnt wird damit die Rumpfmuskulatur. Untere Rücken, schräge Bauchmuskeln. Wechselt zur anderen Seite. Aufgerichtet drehen und über die hintere Schulter schauen. Geht zur Mitte. Streckt beide Beine lang nach vorne aus. Und jeder geht so weit wie er kann nach vorne tief. Zur Dehnung der Oberschenkelrückseite. Untere Rücken, Po. Haltet dort. Den Kopf tief nach unten. Und jeder bleibt dort, wo er das Ziehen spürt. An der Stelle kleine Bewegung nachziehen. noch vier, drei, zwei, roll dich auf nach oben. Beine lockern. Wir kommen in den Stand nach oben. Winkelt nun hier im Stand das rechte Bein nach hinten an. Findet Balance auf links. Die Ferse zieht zum Po. Hüfte schiebt noch mal nach vorne. Bauch nach innen. Genau. Wir dehnen die Oberschenkel vor der Seite. Jeder konzentriert sich noch mal auf sich. nach vorne heranziehen. Und den Fuß kreisen. Zur anderen Richtung. Abstellen. Wir wechseln. Linkes Bein. Winkelt an. Balance finden. Ferse erst mal zum Po nach hinten. Und Dehnung in der Vorderseite vom Oberschenkel spüren. Zieht nach vorne das Knie ran und kreist den Fuß im Sprunggelenk. Andere Richtung kreisen. Abstellen. Fersen rollen locker ab. Wir atmen weit nach oben ein. Beide Fersen lösen. Streckt euch nach oben. Einatmen. Und aus mit Schwung. Nochmal. Balance hoch. Und Schwung. Zweimal noch. Lang. Und Schwung. Ein letztes Mal. Halten. Und locker. Gut. Damit haben wir es geschafft. Dankeschön. Interthought im город strict Edition. Danke. Tür. Chao. 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 Bis zum nächsten Mal.